Du musst ficken. Ficken. Ja, wir ficken, wenn wir da sind. Okay, wir sind gleich angekommen. 200 Meter ungefähr noch. Oh, meine Kleidung. Wie? Ist die nass? Ja, wir sind gleich da. Oh, wo müssen wir lang? Da lang. Bum, 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 bum. Finde die Bahn nicht. Okay, kann einmal knallen. Ja, ja, kannst du. Ihr könnt. Oh, wir sind ja schon im Hotel. Bum, 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 bum. So, alle aussteigen. Ihr könnt alle im Hotel rein. Aber bevor wir hier loslegen. Und ein Hund hier. Spüren wir hier. Los geht's. Oh, ich hab mich verkleidet. Los, alle rein hier in das Gebäude hier. Los. Wir sind Terroristen. Los, weg hier. Los. Ihr hört auf uns. Rein da. In das Gebäude. Los. Alle rein. Los, sonst müssen wir dich abknallen da drin. Ganz runter kommen. Wir helfen. Kollege. Rein da. Keine Waffen. Weg damit. Alle rein. Alle rein hier. Ihr seid Geiselnehmer. Los, rein hier. Komm da runter. Komm. Hier hoch. Alle hier in das Gebäude rein. Los. Schnell. Rein hier. Gebäude. Hier. Die Tür durch. Los, alle hier rein. Los. Schnell. Sonst wird hier abgeknallt. Hier. Los. Komm. Scheiße. Jetzt haben wir Gang. Alle helfen mal mir. Alle helfen. Helft mir mal. Kleines Problem. Keine Raketenwerfer. Keine Raketenwerfer. Einer noch. Okay. Geschafft. Fünf Stück habe ich erledigt. Neun Stück. Okay. Alle wieder rein da. Alle Waffen weg. Danke für die Hilfe. Danke. Alle in ein Gebäude rein. Waffen weg. Los. Rein da. Los. Waffe weg. Alle in ein Gebäude rein. Hier. Hier rein. Alle. Sonst wird die abgeknallt. Du bleibst keine Wahl. Du musst getötet werden. Du musst getötet werden. Waffe weg. Waffe weg. Keine Chance. Keine Chance. Der muss abgeknallt werden. Okay. Dann bleibst du weg. Bleib weg. Du bist tot. So. Alle hier drin. Äh. 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 Deine normalen Klamotten. Bitte. Komm her. Spiel mit. Du bist normaler Dings. Klamotten weg und Waffe weg. Kommt alle rein. Alle rein hier. Komm. So musst du auch noch abgeknallt werden. Du bist auch nicht mehr dabei. Okay. Zwei haben wir getötet. Die wollten nicht auf uns hören. Schön alle an der Wand da vorne. Alle an der Wand. Alle an der Wand da vorne. Hände hoch. Hände hoch. An der Wand. Hände hoch. Partner. Wo bist du? Hier. Da vorne an der Wand. Da ist besser. Da. Geh da hin. Hier ist mehr Platz. Hier. Hier an der Wand. Nicht. Go. Nicht go. Okay. Jetzt bist du einer von uns. Okay. Besser so. Gute Idee. Okay. Da in der Wand bitte. Hände hoch. Hände hoch. Ich seh nicht eure Hände. Okay. Schön. Schöne Hände hoch. Sonst werdet ihr abgeknallt. Sonst habt ihr keine Chance. Machst du Hände hoch? Wir wollen eure Hände sehen. Der hört nicht auf uns. Komm. Wir müssen den abknallen. Den Typ hier. Wir dürfen nicht andere abknallen. Weg hier. Okay. Gut. Das reicht. Wir brauchen noch Geiseln. Wir brauchen noch Geiseln. Ihr könnt euch da unten reinschießen. Dann habt ihr nichts mehr. Ja. Die auch da unten. Pass mal auf. Wir haben ihn schon mal gesehen. Glaube ich. Ja. Aber jetzt wird es härter hier. So. Könnt ihr euch schlafen legen erstmal. Alle hier in die Ecke. Wo die alle sind. So. Wir müssen aufpassen. Du bist Schacki. Okay. Gut. Was willst du? Geht da alle in die Ecke schon rein. Schlaf da. Oh. Ja. Gut. Und Hund. Schön in die Ecke rein. Alle kuscheln miteinander. Schön da rein. In die Ecke. Du auch hier. Achso. Gut. Alle da. So. Alle in den Raum rein. Alle hier in den Raum. Da rein. Du hörst doch wohl auf mich hier. Du musst abgeknallt werden. Doktor Tom. Schön in den Raum rein. Hier. Dann müssen wir schießen leider. Nicht so gut. Okay. Der Raum ist nicht da drin. Okay. Der muss abgeknallt werden. Tut mir leid. Aber es ist so. Wenn jemand nicht hört. Schön. Pennt hier alle miteinander. Auseinander. Gut. Weiter geht's. So. Alle raus hier. Alle zum Bus wieder. Alle zum Bus. Alle hier runter. Die Treppe. Da will jemand abhauen. Los. Töten. Das gibt's nicht. Gut. Keine Chance gehabt. So. Runter hier. Alle in den Bus rein. Schöne Hände hoch. Wir wollen die Hände sehen. So. Ich muss in den Bus einsteigen. Gut. Alle rein hier. Alle einsteigen bitte. Wer ist denn der hier vorne? Okay. Einsteigen. Du auch. Weiter einsteigen. Achso. Sie ist ja tot. Sie kann nicht mehr mitmachen. Gut. Weiter geht's. Oh. Wir haben Platten. Wie sagst du deine Mama? Ja. Sag doch. Äh. Wir brauchen neuen Bus. Scheiße. Kann mir jemand einen Bus bestellen? Und dann markieren. Bitte. Okay. Ich hab einen Bus. Wartet mal. Ne. Ich hab den. Der Bus ist ja gerade. Markiert mal jemand. Wenn jemand einen Bus hat. Nicht schießen. Nicht schießen. Was ist denn jetzt los mit dir? Eisenfaust. Komm rein. Müssen wir dich töten. Ja. Du hast die Bahn noch nicht gefunden. Suchen. Aber jetzt gibt's keine Bahn mehr. Ja. Ja. Ah. Markierung. Gut. Ein Bus. Ich hoffe nicht so weit weg. Nicht schießen. Nicht schießen. Wichs sind meine Geiseln. Bitch. Ja. Yo. Eine mussten wir töten. Eine wollte nicht hören. Eine ist drauf gegangen. Danke. Mein dritter Partner hilft mir gleich, dass sie alle in den neuen Bus einsteigen. Vielen Dank. Will ein socials спゆ. Juni. Ein armer. Wichs. Darepublik. Was ist wieder am.